willkommen mein name ist ja versteht ihr es wenn jetzt nicht versteht geht weg ich auch wir machen einen smash 8 mann 8 mann smash und ich habe auch gegen zwei gute aussehen ja dann wähle die erste welche wäre dann gut und achten die 2d welt wäre nicht schlecht muss auch so ein bisschen groß sein also nicht so groß wie palotinas tempel aber zumindest im rahmen ich liebe dich mary ich liebe dich kelly wenn du von den neuen das war die neuen marina ist der octo link tatsächlich okay oh nein jetzt ist wieder alles verdreht 9 also dreht noch mal bitte jetzt bist du tatsächlich spieler 2 okay bin ich als spieler 1 wir nehmen wir den mal letzten mal war ich megaman nämlich heute mein instrument in pink ja natürlich jeder darf drei computer auswählen nehmen wir einen jahr wen möchte ich denn ich will jemand nehmen wo die ultrasmash ein bisschen kauf der anstift wird dann richtig nervig er hier und nein ja natürlich wo richtig auch mess du darfst du rein ja ja du hast du noch einen pac-man pac-man ness und king k-roo und noch nicht sanic sanic 3 2 1 smash alles nach leute smash ich bin mal gespannt die level wechseln sich nach ich hab keine ahnung nach zweieinhalb minuten oh god wolle ich direkt neben dir starten ja 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 was ist du hast mich selber aus der arena gekickt ey hast dich selbst gefolgen kicked ja du wolltest chaotisch haben oh nein ist es christel was ich bin ich nicht möchte oh mein gott ich habe ich nicht gesehen ich habe jetzt christel auch auch und mindestens eine person mit dem falten puncher aufhauen aber nicht mich bitte das kann ich nur ja ein bisschen ich habe nicht ich habe keinen überblick ich muss ja irgendwie mehr ums überleben denken habe sagt hier und eine brinke nein da war auf jeden fall ich dabei und melden in die fresse auch ich nicht es würde ich auch mal sagen ich bin gestorben da können wir bitte die stage wechseln ja zweieinhalb minuten weil ich hatte dennoch aus dem hinterhalt ich habe gerade jemanden fangen kann ich nicht zurecht danke ja ich bin ausgewichen am anfang ausbauen habe ich habe sich selbst gefalten kick war umgedreht kannst du auch so ich komme nicht als 1 0 das beste mal ich werde mal weggehauen im richtigen moment so hier haben wir auf jeden fall mehr platz doch für kawa schieber machen machen ein bisschen gehirntraining mit uns gleich als er was soll das habe ich dir getan die abschießen nein wollte ich nicht würde ich doch niemals abschießen ich glaube ich zu falten panschen muss jemand damit hätten und eigentlich so was auch nicht nein oh mein gott ich bin mit dabei aber ich will dich niemals abschießen ja du wolltest chaos haben da hast du wirklich ist das meisterball kapuriki das ist nicht niemals hier haben wir noch ein leben wo ich sehe jetzt gerade erst das kind der rutschen bereich und draußen ist hat man hat noch viel leben da wird nicht einer von uns wir werden das macht doch mal ja ja 203 Oh nein. Die 2D-Welt. Nein. Nein, ich bin draußen. noch rein sind jetzt gerade jetzt nur pacman aus der ersten 2d welt ist auch ein gut gibt es nicht der gewinnt ja auch noch da könnte man vernerven sein alter warum ist er so schnell ok wurde ich weggespült und du hast gewonnen obwohl ich mich mal eine minute im kampf der graustenpächer war mir noch ein ja ich bin nur umgekehrt da war ich auch mal weg warte mal was hast du erziele drei kurs in der ersten minute eines kampfes ja das ist ja so ein kampf nicht okay wenn wir neue stages ist dann ja noch das ist ja nerven wie wärs denn mit wo gehen wir hin ich wollte erst hier eingehen auf jeden fall ok pecklen wo gehen wir noch gehen wir noch wie war eine andere level ja irgendwie schon nur so einen zehn minuten kampf ja ich weiß es nicht ich weiß es auch nicht so ja genau wechseln wo haben wir welche die viel schaden anrichten können das ist die definition von vier schaden doch nicht nur wir brauchen welche die die chaos anstiften können zwei ausgebildes ja ich habe auch zwei besitzen nämlich dass du gerade in es ausgewählt ich habe ich hatte vorhin ist ausgewählt ich habe jetzt einen anderen nehmen wir das bau der gendorf und ich habe lukas den pokémon trainer die sich für trainerinnen mehr als drei zu 1 das menschen super smash bros in die es hat mich sehr dunkel weil es jetzt losgeht allein ich habe die fahrten nicht gewechselt also weil es hier los warum seid ihr alle dachten ich werde einfach von mir aus zeug doch weil ich habe nur sieben prozent aber dass jemand kunstwerke gemalt wenn es aus academy dann nicht meine person ich weiß doch nicht ich weiß auch nicht ich bin tot lassen einfach gestochen damit nicht selber meine schärfe wir tun nicht so lange überleben in sohn kam break time was er denn das dillon wenn ich bin ich bin gestorben gott meiner ich war direkt darunter doch hier was jetzt mein pokéball abgeboren ich habe einen pokémon wochen danke nein 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 ich habe sie mir auch vor vor gegen noch hyper da crasher hat er gerade gemacht ja so heißt der move tatsächlich ist hoch ist genau was von mir ja ich habe springer schuhe kaktus kaktus kaktin das heißt kaktin meine dich bin ich nicht explosion explosionen gestorben ich bin ich denn hier bin schon direkt wieder gestorben ich auch und danke sehr ich bin ich einfach fand ich ohne mich los wenn ich mich hier mal finde Nein, nicht auf mich. Hi, for ego. I'm gonna get you. Stirb Kung Fu Ente. Dann kommst du auf meinen Teller. Boah. Boah. Hohe gegen Lukas. Wieiii. Ding, 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 ding. Aber der hat sie mir weggenommen. Wollte ich aufstehen. Ich sehe mich nicht auf der Stage. Aber ich habe eine Flagge gehabt. Sag ich. Da bist du. Bist ich. Schieße hinab. Und jetzt stimmt alle. Piu. Da war ich 6 Leute oder so. 5 Leute war einer. Boah. Nein, ich stehe da. Okay. Nein, nein. Ich bin so recht. Ich bin schon wieder tot. Ganz tot? Nein. Oh Gott. Oh, das ist sogar Leo. Ich schnapp sie dir. Okay, ist ja mal gut. Alter. Da bin ich. Hat er hier überlebt? Nein, Bowser. Oh nein. Nein, 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 nein. Oh, punch. Das hat mich ausgehauen. Hat das weh getan. Wow. Das entspann ist nicht egal gdzie ovat. Nein. Ich weiß nicht wer. Bienen. Nein, nicht die Bienen. Not da bên. Ja. B изват. Da bin ich. Ich habe ihn nicht gesehen. ausrufen online doch noch zwei leben dass du kung fu ente hat jemand gesagt kommt wo ente kv ja gott verdammt ob du bist da und ich bin eben geschossen das fitter sei als die kommen Schnell die weggeflogen, ey! In der Antwort! Wupp weg! Pokeball! Lubella! Ich falle in den Dings, pass auf! Nein, du wirst kein Stretching einsetzen! Komm, komm, komm! Ich setze aber nicht immer! Warum hat ihre Dings nicht eingesetzt? Das ist eine gute Frage! Ja, lieber in Smash-Bolle gesammelt hat sie noch mal... Ha! Da und durch Tornado, ich hab gewonnen! Und ich hatte noch zwei Leben übrig! Ich hab gedeppt! Alter, ich hab sieben K.O., ey! Ich bin neunmal verreckt! Von Achtmal! Ich bin sogar am wenigsten verreckt, ey! Ja, ist doch klar! Ja, stimmt! Stimmt's ja, ich hab ja gewonnen! Ich hab mit drin noch ne Flagge irgendwann mal aufgesammelt! Dass sie auch einsetzen können! Ja! Hab ich gleich gemerkt! Ja, ihr habt euch alle... Komm, ich mach so... Wir waren wie zu sehr mit beschäftigt! Machen wir noch einen? Ja! Wie viele haben wir? Wie viele Minuten haben wir? Okay, machen wir noch einer! Ich will die, ey! Oh Gott, ähm... Oh Gott, ähm... Äh, wen nehmen wir denn mal... Wen... Hatten wir noch nicht! Hm... Wer ist denn ja interessant? Ich bin Mario! Wario! Wario! Ich bin Mario! Ja, Mann! Du siehst aber aus wie Wario! Hm... Wer kann denn hier nur... Nehmen wir Diddy Kong, der kann... Äh... Okay, ich hab Diddy Kong gesehen... Okay, ich hab Diddy Kong gesehen... Ähm... Ähm... Okay, warte, wo ist der Punkt mit drin? Da ist der Punkt mit drin... Da ist der Punkt mit drin... Wen hast du genommen? Äh... Ich hab äh... Zum einen hab ich Diddy Kong genommen... Dann nehmen wir noch äh... Dann nehmen wir noch Female Robin... Äh... Und mein letzter Character... Wo ist Lukas? Da ist Lukas... Kann ich austauschen mit... Daumen mal... Okay, ich bin fertig... Hm... Nennen wir Doktor Mario! Ja, bin ich auf Polymer, Ice Climers und Rosalina und immer... Okay... Ich hab äh... Doktor Mario, Robin und Diddy Kong... Jawohl... Dann kann sie losgehen! 3-2-1-Smash! So gut... Wario... Oh Gott, okay... Eisberg... Das ist nicht gut... Alter... Das ist sehr winzig... Warum nimmst du so eine kleine Stage? Warum nicht? Damit kann ich halt gut mit meinem Motorrad fahren... Genau... Du fährst auch auf so einem kleinen Berg fährst du ein Motorrad... Ja, natürlich... Das möchte ich sehen... Ich werde nochmal anders mit da finden... Okay... Akira... Aber... Wie hieß das Spiel? Hörst du Fighter, ne? Ja... Moment mal... Das ist ein Sega Spiel... Ja... Das ist voll von Sega... Aber mein Poké war es ja untergefallen... Oh ja... Irgendjemand... Komm her... Ich weiß doch auch nicht... Das ist ein kleines Kind... Dr. Mario... Hey... Ich springe mal ins Wasser... Oh ja... Na ja... Hau zum weg... Was meine Privatsphäre... Verletzt... Was? Ich hab meine Privatsphäre verletzt... Ich hau jeden, der mich... der sich auf zwei Meter... Auf zwei Meter... Alle... Du wolltest mich beißen... nicht schmeckt und gar nicht gut nein können wir bitte die städte wechseln worte das moment hallo moment ich wollte warum er es noch nicht geklappt ich will es davon schaden bekommen alles das exklusiv ist erfüllte schaden zu wenn das ist ja aber mach ich auch der halte gerade passiert die die kong hat sein ultras geschehen gesetzt weil ich aufgeladen alter der trifft ja alle waren alle in der unterricht drin war wir haben sie gesehen ich bin viel selber beschäftigt nicht auf die presse zu bekommen alter ich hatte mir da oben nur den hinteren kratz 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 bist du lieber du bist scheiße ein eisberg ein eisberg das ist irgendwie voll klischee hau 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 ich habe die ganze zeit noch nur schaden hau 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 dort kommt es umANA und meine ich habe bereits gedaan ich habe gedacht, du�nie treffen die reform wir sind nein wir sind alle gesprungen damals nur du im weg wenn er gar nicht gut auf mich zum beispiel ich bin doch gar nicht heute bist du gestorben der motorrad da warum Bist du der Teil? Bist du der Teil? Nein! Nein, Nicolini! Ah, danke! Ich seh mich tief! Oh nein! Oh Gott! Oh Gott sei Dank! Irgendjemand hat was! Warum sind wir den kleinen? Alter! Das war Diddy Kong! Warum haben wir den kleinen? Wahrscheinlich wegen... Nicht seine Megavitamine, ey! Oh! Du bist gerade in die Bucke erschieben! Wegen Autos! Was auch! Da kommt noch ein Auto! Müssen wir essen! Aua! Wieso blöde! Ey! Von welcher Kiste? Ja! Oh ne! Nicht ein Stern, der meinen Namen trägt! Ne, beziehungsweise... Der... Den Namen meiner... Oh ne! Oh ne! Oh ne! Oh ne! Oh ne! Oh ne! Ich glaube da sind alle drin! Piuuuu! Ja! Fast alle! Bis auf Doktor Mario und Robin waren alle drin! Ich bin irgendwo untergefallen! Also ich glaube... Ich habe keine Ahnung wo ich bin! Ich glaube ich bin gerade gestorben! Und die kommen schon draußen! Ich krieg das nicht mit! Ja! Das war die Seine typisch von mir da! Ich finde ich wirklich... Ich bin noch bei dem Stand treffen! Das ist die Ditter, die ist die Ditter! Dass du den Sturm aufgehst! Die Ditter zu den Sturm aufgehst! Und das ist die Ditter! Das ist die Ditter. nahm wirklich mal robin aber noch was gesagt dass man christlicher kanal ja das ist ein christian kanal ja genau genau so gar keine ahnung übrigens du weißt schon wann sind überhaupt schon da gewesen bei dir nix ich bin gestorben ich kann nur mal nicht essen nur mal schmecken auch nicht so dass jetzt super groß die gatte fahrt of power nein wir haben ja noch ein leben nicht schon wieder ein eisberg koch cover schmacki macht was ja nichts keine ahnung messen los machen was koch cover schmacki nicht berührt ist ein giftes ja also das war ganz schön knapp also nichts gedacht warum ich bin mega wenn ich bin dann auch sammeln ich hatte meist dabei gehabt hast du wirklich vergessen dass ich das hatte ja ich dachte ich habe mich zu beißen ich habe gesagt du wirst es bereuen ich habe gewonnen mega mann in der mega mann ja gut okay wir haben viele achtersten das mensch ist heute gemacht und es war verdammt chaotisch ich auch ja dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder wenn es heißt sowas mensch bross ultimate bye bye ciao und 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 und